Ein fluschiges Hallöschchen Leute, ich bin's wieder, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu meinem brandneuen Part von Let's Play Mario Kart 8 Online. So, ja, ich werde mir jetzt einfach mal wieder einen neuen Part mal wieder vornehmen. Jo, und ja, im letzten Part habe ich ja über nix gelabert oder so, über Themen und so und ja, es wird mal Zeit, ja, dass ich mal was anspreche und ja, und jo Leute, darum werde ich jetzt diesen Part machen, so. Also, und ja, ja Leute, ich habe ja momentan, ja, ich habe so momentan, ja, einen Berufskolleg halt, also, ja, diese Schule halt, das ist halt so stressig, so momentan. Und ja, ich habe halt nicht wirklich, nicht wirklich viel Zeit für die Videos und ja, es ist natürlich, ist jetzt eigentlich so mein Stand, so, dass halt bei mir nicht wirklich Videos laufen werden oder so. Aber ich versuche trotzdem ein paar Videos rauszuhauen und ja, wenn ich natürlich, ähm, wenn ich natürlich Bock habe, weil ich mache das nur, weil ich Lust habe. Und ja, nicht nur so, 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 nicht so, dass ich mich halt zwinge für euch und, ne, mache ich nicht so, mache ich nur wirklich aus Lust. So, ja Leute, nur damit das klar ist, ey. Ach, der Japse, ey, der Japse, der will mich hier, der will mich hier fertig machen, ey. Und ja, das war wohl nix, Japaner, ne? Ich bin erster, du. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Punkte. Und ja, am nächsten Rennen werde ich vielleicht, vielleicht, mal gucken, vielleicht werde ich noch was ansprechen. Wenn ich auch noch was habe, ich weiß noch nicht. Und ja, ich habe ja schon längst die 5000 erreicht. Und ja, ich bin happy, Leute, auf jeden Fall. Bis gleich. So. Okay, Leute. Vulkankrollen steht an. Ja, das ist die bekannte Strecke von Mario Kart Wii. Ne? Ja, ich kenne, ich kenne die Strecke schon gut, auf jeden Fall. So. Okay. Ja, 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 ja. Hallo? Jetzt bitte nicht über... Ja, okay. Ich will... Ich wollte schon sagen, ey. Dass die nicht übertreiben sollen, verdammt, ey. Das mag ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was ich mit dem Panzer anfangen soll, ey. Leute. Ja, ja, genau. Die Bananenschale hat das schon geregelt. Jetzt habe ich gar nix mehr. Alles klar bei mir, auf jeden Fall. Auch der Platz natürlich. Alles klar. Läuft da wie... Wie ein Butter. So. Oh, der Blue Shell kam ja. Der Blue Shell kam. Geil. Und what the fuck? Da fährt ja jemand... Ach, okay. Einer mal mit so einem Anime. Also, sonst... Sonst sehe ich bei den Leuten so, dass sie überhaupt kein Anime in mir haben oder so. Ähm, ja. Heh. Jetzt lass mich da... Oh mein Gott. Ich hab voll Schiss, ey. Ja, komm. Auf diese ganze Gruppe, ey. Ich hab voll die ganzen Leute geschiss, ey. Weil die so... eiskalt zu mir sind. Ach, ich weiß ja nicht. Also, ich kenne diese Anime nicht. Also, die, äh... Die ein Anime in mir hat... Kenne ich nicht. Ja. Jux. Weiß sie. Oder... Ich weiß ja nicht, wie ich... Ob ich den Namen richtig ausgesprochen hab. Weiß nicht. Aber, ja. Ich... Ich fände das ja eigentlich cute. Müsse Anime. Ja. Ich muss mal offen sein, ne? Ich fände Anime so cute. Und, ja. Darum habe ich auch einen eigenen Anime, ne? Ich mag halt so Anime. Und, ja. Ja, 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 ja. Da ist... Klar, ja. Das läuft. Das läuft. Na komm. Ja, schieb. Dreh mal ein bisschen mehr hier aufs Gas, du. Und zwar richtig drauf. Nein, 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 nein. Okay. Ich hab's kommen sehen. Einer hat mich noch überholt, ey. Alles klar. Jo, Leute. Dann... Ist das leider... Das letzte Rennen gewesen. Und, ja. Ist natürlich... Ja, ich hab ja kein... Keine Themen, ähm... Mitgeteilt oder so. Hehe. He, ich weiß nicht. Ich bin schon manchmal verpeilt. Und... Ja, Leute. Aber, ja. Ich kann ja sowieso jetzt keine Dinge mehr mitteilen. Und, ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und... Haut rein! Bis zum nächsten Mal wieder.